Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Heute füllen wir mal wieder auf. Das heißt, ich bereite zuerst mal alles vor, schiebe die Nagelhaut zurück, entferne die unsichtbare Nagelhaut, trage einen Teil der alten Modellage ab und dann verschönern wir die Nägel einfach wieder. Ein Teil des vorhandenen Materials trage ich mit dem Fräser ab. Der andere Teil vom Material wird mit der Handpfeile abgefeilt. Also ich trage nicht 100% ab, sondern lasse immer einen gewissen Teil stehen und ich befeile mehr Form und Länge. Die unsichtbare Nagelhaut wird natürlich ebenfalls nach. Wenn dann alle Pfeilarbeiten abgeschlossen sind, kommt auch noch der Pfeilstaub weg. Damit dann das Gel auch richtig gut haftet, benutze ich einen säurehaltigen Primer und zwar von Aretini, den Ultra M Bond. Den trage ich mir im Bereich des Naturnagels auf und lasse ihn an der Luft trocknen. Das erste Gel, was ich auftrage, ist ein Grundiergel. Ich benutze hier das Optimo-Ed von der Katrin Huste, sprich Tailored Nails. Das trage ich mir in einer dünnen Schicht auf den Nagel auf, massiere es mir mit dem Pinsel gut ein und lasse es dann für 60 Sekunden in meiner UV-LED-Lampe aushärten. Als nächste Schicht kommt ein leicht deckendes Make-up-Gel auf den Nagel, damit so kleine Unebenheiten etwas kaschiert sind. Das lasse ich dann ebenfalls wieder für 60 Sekunden aushärten. Damit das Nagelbett etwas besser kaschiert ist, habe ich mir hier eine zweite dünne Schicht aufgetragen. Das kann man, also dieses spezielle Make-up-Gel kann man auch als Modellage-Gel verwenden, sprich damit kann man den Aufbau machen. Da wir hier aber nur die Naturnägel verstärken, ist kein großer Aufbau nötig, sondern nur eine Verstärkung. Als nächste Schicht kommt ein klares Einphasengel zum Einsatz, denn wir wollen ja hier ein Glitzer-Design machen. Und dieses Einphasengel lasse ich nicht aushärten, denn es kommt dann das Glitzer gleich mit rein. Das seht ihr aber im nächsten Schritt. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ich mit dem Glitzer arbeite. Hier benutze ich die Tipp-Technik, sprich ich tippe die Nagelspitze in das Glitzerpöttchen ein, habe somit eine schöne deckende Schicht und verziehe es mir dann mit dem Fächerpinsel. Das mache ich dann zweimal, wenn gewünscht, und lasse es zwischendrin immer kurz anhärten, beziehungsweise für 30 Sekunden auch aushärten. Damit wir dann zum Schluss eine glatte Oberfläche haben, packe ich das Glitzer in eine Schicht Gel ein, sprich ich setze mit einer dünnen Schicht ein Phasengel oben drüber. Und nun wird das Ganze auch noch befeilt. Leider haben wir hier ein paar Fussel von der Zellette dran gehackt, aber das macht nichts mit der Pfeile, sind die dann auch schnell entfernt. Ich befeile mir das Ganze jetzt, dann kommt der Buffer zum Einsatz, um eine glatte Ebene, huckelfreie Fläche zu erzielen. Und dann können wir auch schon weitermachen mit dem Design, denn es sollte hier etwas Winderliches drauf, sprich ein paar Schneeflocken und ein Schneemann. Und nun muss auch schon der Pfeilstaub wieder mit der Bürste bearbeitet werden. Nein, wir entfernen natürlich den Pfeilstaub mit der Nagelbürste. Darf ich hier selbstklebende Sticker verwenden, ist es ganz wichtig, dass die Oberfläche wirklich trocken, glatt und eben ist, weil sonst halten einfach diese selbstklebenden Sticker nicht wirklich. Und ich drücke mir die auch richtig gut auf den Nagel auf, damit sie auch schön haften und sich nicht mehr wölben, denn, also ablösen, das kann nämlich auch schnellstens passieren bei diesen selbstklebenden Stickern. Und wenn die schon ein paar Tage alt sind, also mit ein paar Tagen meine ich doch schon mehrere Monde, ist das immer unschön. Und deshalb ist wirklich darauf zu achten, dass die Oberfläche glatt und trocken ist. Ja, wir kleben jetzt die Sticker alle drauf. Dann kommt auch schon der Versiegler zum Einsatz. Das zeige ich euch aber gleich. Als Versiegler nehme ich hier einen etwas dickviskoseren Versiegler. Also ganz dickviskos ist er ja nicht. Der ist aus der Pinselflasche. Das ist das Versiegelungsgel von Laveni, das Glossy. Hier kann ich getrost alle Nägel, beziehungsweise alle Viernägel damit bearbeiten und dann noch Steinchen einlegen, ohne dass mir der Versiegler in die Ränder läuft. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst, ja, hat man dann auch schnell wieder Liftings und es sieht außerdem sehr unschön aus. Wie gesagt, versiegeln, Steinchen einlegen, aushärten und dann zeige ich euch auch schon das Endergebnis. Damit die Steinchen dann besser haften, lege ich in den noch feuchten Versiegler extra nochmal einen Punkt Versiegler ein und setze mir dann die Steinchen da drauf, weil so sitzen sie ganz gut und gehen nicht beim kleinsten Windhauch schon wieder ab. Ja, und das Ganze lassen wir jetzt noch aushärten, wenn die Steinchen sitzen und dann zeige ich euch das Endergebnis. Und zu guter Letzt kommt auch noch die Wellnessbehandlung mittels Nagelöl zum Einsatz. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, bei eure Katrin, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!